Sieht bestimmt nicht schlecht aus. Ja, doch, nö. Sieht eigentlich ganz okay aus. Nicht anders als vorher, aber... Hm. Was soll's. Ähm. Jetzt wäre als nächstes hier mal was fällig, von wegen Handelsroute. Hm. Äh, Handelsroute. Schön. Dann... Wollen wir noch mal hier nachfragen, wegen der Handelsroute. Hm. Schön. Wollt ihr noch was von mir kaufen? Nein, wollt ihr nicht, war natürlich klar. Äh. Ja. Hat man da überhaupt was provoziert? Ich müsste mir die irgendwie mal markieren. Kann man das? Ähm. Besucht, Reiseverlauf, Missionen, Imperien, Verbündete und Freunde, mein Reich. Guck mal, das ist alles grün. Die da hinten sind neutral, aber das ist egal. Ähm. Das machen wir schnell wieder aus. Was haben wir hier gehabt? Was haben wir hier gehabt? Mein Reich. Hm. Okay. Dass man mein Reich mal markiert, ist natürlich auch sinnvoll. Oh. Oh. Oh, oh, oh! Ist es sicher? Oh! Die haben natürlich noch... Ich hab natürlich von dem ganzen Gewürz noch nichts verkauft. Naja. Aber hey. So kommt's eben auch mal dazu. Wow, ich kann in einem durch fast in die Nähe meines Planeten. Ähm. Dann wollte ich doch nochmal dieses kleine System ausrotten. Ähm. Die gehen mir eh gerade auf den Keks. Ey, da ist noch ein anderer Planet mit was drauf, aber... Das klären wir gleich. Jetzt wird erstmal geklärt, ob man das Ding hier nicht zerlegen kann. Hm. Ach, was weiß. Aber weiß eben. Ist ja egal. Von daher... 13 sind mir noch zu wenig. Warte mal, warte mal. Hätte ich jetzt beinahe vergessen. Hm. Jetzt muss ich erst warten, bis das Teil sich aufgebaut hat. Aber... Jetzt kann ich raus. Warum greifen die mich jetzt immer noch an? Ist ja witzlos. Hm. Ach, in die Richtung. Okay. Hier dann. Ich fühl mich doch nicht hier so ein Slalom rum. Getriebe mehr. Das haben wir anscheinend schon. Ja, ich sollte wohl irgendwie mal... Mein Frachtraum ist voll. Ah, natürlich, klar, mit gelbem Gewürz. Ich wollte schon sagen, voll ist der Frachtraum noch lange nicht. Jetzt muss ich doch noch mal kurz gucken. T1, die produzieren ja eh nichts. Weshalb ich einfach nur noch Geschütze anbaue. Hm, fünf Geschütze. Naja. Okay, was habe ich denn jetzt gemacht? Oh, ähm... V ist also die Record-Taste, die ich nicht benutzen wollte, weil ich mein eigenes Aufnahmeprogramm habe. Ah, wie auch immer. Hm. Wollen wir noch mal fragen, ob die hier mir das vielleicht nicht abkaufen wollen, das gelbe Gewürz? Schade. Nein, ähm... Gut, dann... Geht einfach jetzt mal weiter zum... Das ist ja schon wieder einer. Das ist ja auch möglich. Schon wieder ein Planet mit irgendwas drauf. So, werfen wir ein paar Böhmchen auf ein T2. Nehme ich doch mal an. Okay, ich bin kurz vor der Eroberung. Hm. Ne, die eine Stadt habe ich schon wieder erobert. Was ein Scherz das aber ist hier. Das ist doch echt unglaublich. Hm. Mal sehen. Und das Ding ist mir. Da landet die letzte Bombe. Wuhu. Letzte Bombe. Yay. Okay, dann... Hm. Wollen wir auch nichts abkaufen. Ähm... Ich muss aber trotzdem noch mal mit denen reden und... ...eine weitere Kanone kaufen. Hm. You're really qualmed up an insect. Blöderweise wieder ein... ...Felberplanet. Hm. Hm. So funktioniert's. Okay, ein bisschen zurückgefallen. Aber ist ja nicht so schlimm. Ach, ja. Wie ist das eigentlich mit dem Planetenbesitz-Kram geregelt? Äh. Ohre 50 Planeten. Gehört das da drunter? Ne, hier. Kaufen. Forscher. Ah, hier ausbreiten, genau. Heißwolkensauger, Kaltwolkensauger. Was die sich alles einfallen lassen. Was die sich alles einfallen lassen, ist echt verrückt. Wieso hätten sie nicht auf den Grünen hier gehen können? Vor allem Terrasco herheben lassen von irgendeinem freien Unternehmergeist, der sich gerne für zahlen lässt, so ein Bullshit zu machen. Was die sich alles einfallen lassen. Ah. Ich dachte, ich war das Ding nicht am Hochblumen. Äh. Naja. Hm. Okay. Nachricht von meiner Kolonie? Ach komm schon. Jetzt muss ich da extra in die Nähe fliegen, oder was? Was für ein Aggressor denn bitte, hm? Muss doch bestimmt nur eins von diesen Möchtegern, was auch immer, reichen. Ach nö. Sind Piraten. Das sind unbekannte Aggressoren. Unbekannte Aggressor. Oh. Drei. Drei Meldungen und eine bekämpfe ich gerade. Danke. Ich hab jetzt mal Geld für bekommen, der ist ja was anderes, aber ich bekomme einfach kein Geld dafür. Naja. Ach ja. Dann müssen wir noch mal gucken. Wer ist denn Bär 4 und Wullus? Das müssen welche von den Neuen sein, oder? Sonst habe ich die Namen... Ah. Ja, genau. Das ist einer von meinen neuen Planeten. Wull... Wullis. Wullis? Ah, ich habe es falsch gelesen. Okay, es heißt Wullis. Blau sind sie, die Aggressoren, die diesmal angreifen. Haben wir sie doch. Oh, komm schon. Ach, hallo. Oh, jetzt kamen wir schon im Bruch. Die haben ja nicht gerade viel drauf. Ich muss auch noch das Geld zurücklassen. Und wenn ich da müsste, gerade eben. Ja, kümmere ich mich mal um euch hier. Was auch immer von euch noch. Ey. Flüchten die Schiffe. Oder auch nicht flüchten die Schiffe. Ah, den letzten, da komme ich wahrscheinlich eh zu spät. Von daher ist es ja auch egal, ob ich da jetzt zur Hilfe eile oder nicht. Auch wenn es normal nicht so meine Art ist. Aber hey. Die können dich doch garantiert irgendwie selber... Äh... Ne, mit der Drohne. Die Drohne macht das schon. Ganz einfach. Na dann. Ähm... Hm. Hm, hm, hm. Clef, Alabama-ism. Ach, Mann. Das kann einem doch echt langsam auf den Keks gehen. Ah, jetzt muss ich zwei Reiche ausschalten. Nur, damit ich meine Ruhe habe am Ende. Hm. Diesmal sind es sogar nur die Türkisen. Ob das Ganze um einiges einfacher macht. Schön. Oh, ne, die Haupt. Ah, wie auch immer. Ähm. Ich habe doch noch eine von denen hier, oder? Können wir doch dann auch dafür einsetzen, das Ganze hier zu zerstören. Schön. Ach, B4-A-Anker-Moment. Das ist mein Haupt... Äh... Ach, Gewürzlager ist ja egal. Okay, 10.000 sind auch in Ordnung. Und dann brauche ich ja das Geld für immer mehr von den Teilen. Wobei ich jetzt der Meinung bin, dass ich die nächsten Systeme doch... Geht's mal raus... Vom Wurg-Bereich. Oh Gott, die sind ja auch wieder da drüben. Irgendwie waren die, glaube ich, dunkelgrün. Ach, was soll's. Und dann jag ich eben alles in die Luft. T2. Sehr uninteressant. Mach ich sie halt kalt und dann ist gut. T2 mit einer Stadt? Nein, dieses Mal nicht. Wir halten nicht mehr durch, bis du unter dem Gewicht deines schlechten Karmas zusammenbrichst. Wir ergeben uns. Ja, es herrsche Frieden. Schön. Hey, hey, hey. Leute, es hieß Frieden. Frieden beinhaltet, dass man sich nicht gegenseitig mit Waffen beschießt. Hey, aber wenn ihr damit anfangen wollt, ich hab kein Problem, es zu beenden. Dankeschön. Und das jetzt? Kriegstreiber. Oh. Ich hab schon wieder einen Krieg angefangen. Wobei ich es ja nicht war. Sie haben mich angegriffen. Kleiner Unterschied. Aber auch nur wirklich gering. Oh shit, mein Dings ist hier voll. Ein Frachtraum. Je Wind. Wollen wir doch mal sehen, wo liegt Je Wind. Ihr wollt mich auslöschen. Ich bin auf das Wasser. Ich bin... Ich bin...